Ja, meine Freunde, jetzt ist aber hier wirklich eine Riesen-Nachricht gerade reingekommen. Frank Baumann wird seinen Vertrag nicht verlängern bei Werder. Das kam jetzt für mich fast völlig aus dem Nichts, vor allen Dingen nachdem man vor kurzem ja noch was anderes vom Vorstand gehört hat. Wir sprechen jetzt erstmal darüber. Wir müssen uns erstmal sortieren. Erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Lasst gerne schon mal ein Dolmetsch nach oben direkt zu Beginn da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann lasst uns mal reingehen in die Meldung, die jetzt gerade eben rauskam. Frank Baumann wird seinen Vertrag nicht verlängern. Hier vom offiziellen Werder-Account ist das reingekommen. Ich glaube, ich kann diese Meldung hier irgendwie nur gerade gar nicht aufrufen. Ich gehe jetzt hier mal drauf, weil hier immer wieder steht, ich kann den Link nicht öffnen. Nö, ich kann den Link nicht öffnen. Aber es gibt einen weiteren und zwar hier und zwar das hier. Baumann, das fällt mir schon schwer. Nach 25-jähriger Vereinszugehörigkeit endet für Frank Baumann im Sommer seine operative Zeit bei Werder Bremen. Und nach zehn Jahren als Spieler und acht Jahren als Geschäftsführer hat sich der 48-Jährige entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Wir haben mit ihm nach Bekanntgabe dieser Entscheidung über die Beweggründe gesprochen. Völlig geisteskrank diese Nachricht jetzt aus dem Nichts. Ich möchte schon mal eine Sache sagen. Wenn dieses Video online geht, werden wir kurz danach live gehen und uns dieses Video hier einmal gemeinsam anschauen. Ich hoffe, dass das okay auch ist. Wir werden das dann verlinken, natürlich, das Originalvideo und werden da zusammen drauf reagieren. Jetzt gleich, das Video ist ja öffentlich. Schauen wir uns gleich an. Jetzt erstmal kurz ein, zwei Sachen. Schon mal bevor wir überhaupt dieses Video als Erklärung sozusagen auch geschaut haben, ist schon verblüffend, weil vor kurzem ja der Vorstand, also es ja noch eine Meldung kam, dass man da überzeugt von Frank Baumann ist und mit ihm gerne verlängern wollen würde. Und jeder ist eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis das Ganze öffentlich gemacht wird. Jetzt allerdings die komplette Kehrseite, also die Einlenkung hiervon. Und ja, dann doch diese sehr überraschende Meldung, dass Frank Baumann aufhören wird. Viele haben damit geschickt, dass er dann nochmal ein Jahr machen wird. Jetzt steht es fest, er wird nur noch diese Saison da sein. Danach wird jemand Neues folgen, was natürlich ein Riesenthema ist. Wer wird denn folgen? Könnt ihr euch schon mal in den Kommentaren anfangen mitzuraten. Aber vor allen Dingen auch, und da muss man sagen, man kann ja über Frank Baumann sagen, was man möchte. Manche haben ihn so gesehen, manche haben ihn so gesehen. Nach dem Abstieg war ich einer der Ersten, der, glaube ich, ganz, ganz laut gerufen hat, ohne Frank Baumann weitermachen. Ich wollte eigentlich einen Cut mit allen haben. Ich glaube, das können viele auch verstehen, ging vielleicht vielen ähnlich. Dann hat er aber wirklich gut gearbeitet in der Zweiten Liga. Viele gute Transfers dort auch getätigt, auch damals mit Marvin Dux, der sehr wichtig war für die Zweite Liga. Unter anderem dann auch Mitchell Weiser, der extrem wichtig war. Aktuell auch Oliver Demont, der zum Beispiel sehr gut einschlägt. Niklas Stark, Amos Pieper, auch sehr gute Transfers gewesen. Aber eben natürlich auch immer Sachen gehabt, wo man gesagt hat, oh, da fehlt vielleicht eine Position. Oder man hat dann das irgendwie mal so aufgeschoben mit diesem im Kollektiv. Ich habe es letztens schon mal gesagt gehabt, irgendwie für mich ist das immer ein bisschen komisch, weil dann auch nach außen Sachen gesagt worden sind, die intern dann doch wieder anders waren. Also sprich zum Beispiel im jetzigen Sommer, das war ja wirklich immer der Wahnsinn. Dann wurde gesagt, wir können auch Spieler holen, ohne einen zu verkaufen. Das wird dir in keiner Verhandlungsposition irgendwie deinen Rücken stärken. Also es ist jetzt nicht so, dass du die Aussage bewusst machst, um Vorteile auf dem Markt zu haben, wenn du sagst, ich habe genug Geld und ohne Spieler zu verkaufen. So, das war einfach eine Fehlkommunikation. Vor allen Dingen, wenn man dann überlegt hat, auch Buchanan gibt man erst ab, wenn ein Ersatz da ist. Und ja, was dabei rumkam, haben wir gesehen, kurz vor dem Trainingslager, Ole Werner, der noch gesagt hat, dass man auch beiden Außerteidiger was tun muss. Am letzten Transfer-Tag kam dann Oliver Demann. Das war dann schon alles ganz schön krass und dann eben auch nur einer. Also es gab mit Sicherheit auch viele wackelnde Transfers, nicht gut getätigte Transfers, die man auch kritisiert hat. Beziehungsweise vor allen Dingen auch viele Positionen, die dann irgendwie nicht geholt worden sind. Aktuell haben wir auch das Problem, wir haben den Kleinstkader der Bundesliga, gerade in Innenverteidigung. Dennoch, zu all diesen Negativen, und diese Punkte sind uns ja bekannt, die wissen wir, will ich an eine Sache erinnern. Frank Baumann lebt und liebt ja auch für Werder. Das ist ganz klar. Deswegen bitte nicht komplett respektlos sein oder sonst was unten drunter. Ihr könnt sagen, ihr freut euch vielleicht auf eine neue Ära, auf einen neuen Geschäftsführer und so weiter. Alles cool. Aber natürlich nicht unter die Gürtellinie gegangen. Wie gesagt, ich bin das, also sage ich auch ganz offen, damals auch nach dem Abstieg. Ich habe heute gefühlt, Frank Baumann vom Hof jagen, weil das einfach zu dem Zeitpunkt extrem viele Fehler gemacht worden sind. Vor allen Dingen auch das Jahr davor, wo man Rashica und Eggestein damals schon nicht verkauft hat. Die Fehler hat man hintenrum sogar eingeräumt, also eingestanden gehabt. Bei Kohfeldt hat man auf jeden Fall auch einen Riesenfehler gemacht, viel zu lange daran festgehalten. Ja, und jetzt ist es so, dass das sich erst jedem Ende zuneigt. Und ich muss wie gesagt sagen, nachdem, wo man da sehr, sehr negativ eingestellt war, gab es da natürlich auch ein paar positive Sachen. Es gab eben auch eine anmenge Negativsachen. Ich kann eine Sache schon mal sagen. Ich habe ja, Frank Baumann, kurz, kennenlernen dürfen ist, glaube ich, falsch, treffen dürfen, das ist wesentlich treffender, auf Ailton's Geburtstag. Wer das Video nicht gesehen hat, kann es gerne nochmal machen. Da habe ich auch kurz mit Baumann gequatscht gehabt. Und ich kann euch eine Sache sagen. Der hat natürlich einen sehr eigenen Humor, aber er lebt und liebt für Werder. Das habe ich am eigenen Leibe sehen können. Und das macht schon was mit einem, wenn man das dann auch mal so in Real Life sieht, sage ich euch ehrlich. Weil bei Ailton zum 50. Geburtstag, ein paar von euch haben das vielleicht im Stream schon mal gehört gehabt, habe ich euch das auch schon mal erzählt gehabt, war eine Szene nach dem Geburtstag, wo zwei Kiddies mit ihren Eltern gesprochen haben, wie die Eltern haben gefragt, wie fandet ihr denn das Event. Und vor denen ist Frank Baumann gegangen mit so einer Jacke. Und praktisch zwischen den beiden stand ich. Und deswegen konnte ich halt auch Baumann sehen. Und dann haben die Kinder gesagt gehabt, dass das eine mega Ehre war, auch so viele Legenden zu treffen und wie familiär Werder ist und so. Und dann haben auch die Eltern gesagt, dass das einfach ein Herzensfamilienverein ist. Und dieses Lachen von Frank Baumann, der dann sich umgedreht hat und die dann so angelächelt hat, die Familie, das war schon auch herzbewegend, sage ich euch wirklich ehrlich. Also vielleicht hattet ihr auch schon mal sowas Ähnliches, aber da hast du einfach gemerkt, Junge, der liebt einfach hier auch dafür. Hat das auch gesagt gehabt, als ich mit ihm gesprochen hatte, über Ailton, da hat er auch gesagt gehabt, wenn eben diese Werder-Legenden dann am Start sind und so viel für den Verein geleistet haben, dann ist er eben immer auch gerne auch am Start und freut sich dann auch da zu sein. Hat dann auch ein Kompliment gegeben gehabt für Ailton. Natürlich auch einen Scherz gemacht, in dem er gesagt hat, für den kleinen Dicken. Aber ja, ich sage ja, der hat auch halt einen eigenen Humor einfach. Das war mir nur wichtig auch zu sagen. In all dem Negativen, ihr wisst, ich bin eh immer ein Fan davon, beide Seiten zu sehen. Und das war jetzt auch nochmal wichtig. Vor allen Dingen wichtig auch wird sein, wer sein Nachfolger wird. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Wir gucken gleich im Stream, wie gesagt, dieses Interview da an. 18 Minuten geht das. Und dann schauen wir mal, was dann da auch gesagt wird als Erklärung. Weil das kommt für mich persönlich jetzt vollkommen aus dem Nichts, dass Baumann selber jetzt sagt, nee, der macht da nicht weiter. Ist schon sehr, sehr überraschend. Was sagt ihr denn dazu? Ist das die richtige Entscheidung von Frank Baumann? Ist das gut für uns? Ist das schlecht für uns? Also wie gesagt, allein aufgrund der letzten Transferperiode, da ist halt so ein bisschen die Frage, wer hat das jetzt verkackt gehabt? Hat das Frank Baumann verkackt? Hat das Klaus Fielbrief verkackt mit den Finanzen? Die Finanzen können nicht gut geplant gewesen sein, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Nicht nur die Lizenzstrafe, die man bekommen hat. Und wie gesagt, am letzten Drücke haben wir noch zwei echt teure Spieler verkauft mit Gurev und Füllgrug. Eine Menge Geld eingenommen, nur dem Mann verpflichtet und Pouret per Laie. Und hatten kein Geld mehr da irgendwie, um in der Abwärtsung zum Beispiel noch zu verstärken. Oder allgemein in der Kaderbreite auch zu verstärken. Das hat einen dann doch schon Sorgen gemacht. Wenn man die ganze Zeit gesagt hat, ja, wir hatten ja genug Geld, um eigentlich was zu tun. Dann war das schon dementsprechend sehr überraschend. Naja, schreibt mir wie gesagt gerne mal eure Meinung unten rein. Ich bin sehr gespannt und dann sehen wir uns gleich im Stream wieder. Ciao.